Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elie Gella. Ich bin ein großer Spaß und ich sehe dein Video auf YouTube. Wir haben heute zum ersten Mal Counter-Strike gespielt. Wir wollten eigentlich zu fünf spielen, aber es ist mir spät eingeschlafen. Danny ist irgendwie, ja, hat sich nicht mehr gemeldet. Und bei Amar wurde es dann später. Deswegen waren wir zu viert. Rohat, Micky, Vinny und ich und irgendein Random. Und vorher haben wir halt irgendwie Deathmatch gemacht, um auf Level 2 zu kommen. Wir sind scheiße, beziehungsweise ich bin kacke. Bei den anderen weiß ich es nicht ganz genau. Bitte habt erwärmen. Wir versuchen nur, die Spiele breit zu fächern. Wir geben da unser Bestes. Ich fand sogar, fürs aller, allererste Mal CSGO ging das sogar klar. Manchmal sehr loste Momente. Aber früher oder später werden wir dann auch vielleicht einigermaßen akzeptabel. Vielleicht, ich weiß nicht. Ist schon echt ein schwieriges Game, muss ich sagen. Ist schwieriger als Velo vom Aiming und sowas. Lass gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich hoffe, euch gefällt diese Abwechslung mit den ganzen Games. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, immer so neue Sachen zu lernen. Das war es auf jeden Fall jetzt von Windhoff. Viel Spaß mit dem Video. Kus geht raus. Braucht ihr ein gutes Headset? Das ist das geilste Kranke, man hat Millionen und kein Headset. Ich habe ein Headset. Hast du mittlerweile eine Headset? Game of the fucking year, back to back. Töscher mit einem Headset. Und Willi? Ja. Digga, ich sehe so vergamed aus. So, ich bin im Deathmatch drin. Ist das ganz normal wie Velo? Nee, 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 nee. Das ist hier schon herz als Velo. Also das Great Verstand, wie die Kugeln fliegen, ist hier schon viel herz als Velo. Ich bin tot. Ha! Oho! Oho! Chat! Ich weiß nicht, was ihr hier reinschreibt mit Cross Air Cases. Ja, Diga, ich check auch nicht. Was, 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 was wollt ihr von mir? Chat, glaubt ihr, wir gewinnen ein Spiel? Nein. Jetzt hör mal auf, direkt schon wieder so, so, so negativ zu sein. Ja, gut. Kann ich mir immer dieselben Waffen kaufen? Wie in Velo? Du brauchst natürlich das Geld an. Geld, aber es gibt... Wie bist du eh? Was war denn das gerade? Ja, ich hab auch keine... Boah, ich mache das Presse schon mit. Wie mache ich die Mute-Shit? Äh, hello guys, good evening. Hello man, good evening. Boah, ey, Digger, da. Sie haben Kaufzone verlassen. Ich hab ne Kaufzone verlassen. Ich will ne Waffe kaufen. Ich wollte eigentlich in Ruhe heute schlafen. Pistole, Schwer, MP, Gewehr, Ausrüstung. Ach, die Scheiße. Ach, ist klar. Ich hab ne Pistole. Wir sehen gegen den Zähnestack, aber wir haben jede Runde Kohle. Wir werden in das Waste reinkommen. Watch out, he is those double door. Double door, brother. Krass, aber ordentlich. He is B, B on spot, double door. No, what you're doing, man. Here, window, window! Let's go! Very good. Hä, Digger, ich hab grad den Gegner zugeguckt. Wie OP ist das denn? Ja, das ist hier so in den normalen Runden so. Hä, warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich bin gar nicht mit euch in der M-Team. Mann, Digger, sie sind alle die besten. Nein, du bist im Gegner-Team. Ich bin im Gegner-Team. Ich hab die Bomber, ja, sonst hätte ich mal eine ruhig. Hä, die Stimmen ab, dass ich rausgewerfen werde. Ja, die Bomber, renn, 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 mal. Die denken halt, dass du, voll voll. Äh, Brothers Kick Elias Nirlich, a very bad player. Kick him. Wie, äh, es geht nicht. You don't know what he's doing, kick him. He, 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 he. Ihr Bastarde, allesamt. Ey, die stürmen schon wieder für den Rauswurf. 4, 3. Seid ihr schon Level 2? Nein. Mir fehlen noch irgendwie so 200. Bro, dieses Temp, das ist so schwer Hilfe. Digga, was? Ich hab'n Kick! Hey, hab' ich Mickie gekickt? Was ist passiert? Durch die Smoke. Ich hab'n Mickie gesniped. Zeig deine Birne. Zeig deine Birne! Was? Hier ist Rot. Jetzt kommt eine Rot. Schön, Rot. Freya wiederum, Digga, sag ich ehrlich. Digga, warum ist denn Mickie ein Gegner? Die brauchen noch umso länger um den Weg. Digga, das ist übertrieben cool eine Musik hier. Was? Oh, schade. Einige sind schon gut. Bro, wie die mich hier wecknallen, das ist der Wahnsinn. Wir spielen gegen Tabs, HS gleich NRW-Verbot. Bruder, wenn ich will, ich mach Nordrhein-Westfalen zu. Im Rank wird's besser. Wir müssen so schnell wie möglich im Rank kommen, Jungs. Boah, Digga, es ist so schwer, Digga. Bro, das sind aber auch keine normalen Gegner. Nein, Bro, das sind voll die Bastarde. Da ist einer an der Tür, ich seh's. An der Tür, an der Tür. Hau rein, Edi. Simple ist bei uns. Ja, Simple ist bei uns. Oh mein Gott, der ist der Beste. Bro, wie spielen die? Ach, Digga, fick Vater. Weiß nicht. Brie, war doch da unten. Vicky, hast du mich gekillt? Nein. Sind die dann einzigartig? Bro, Michael, Christian. Sag meinen Namen, du unten Knoten. Bro, du bist der Wirt. Das ist eigentlich immer derzeit. Das sind die besten Gegner der Welt, Mann. Ich guck, ich meine, sie gründet mir tot. Bruder, guck dir die an. Du Scheiße. Alter, wie viel Leben haben die Chicken Can? Wo krieg ich sie und wie viel EPs bekommen? Ach, Digga, fick den. Mann, Digga, das Hit-System ist ganz anders. Ich verstehe gar nicht, wo die Kugeln hinfliegen. Oh, Micky! Mann! Der Vater. Mann! Spawn-Tripped. Das ist so krank, ey. Was? Mann! No! Oh, mein Gott! Ja, ich werde gespawnen. Ich werde gespawnen. Fails Sunny. Fails Sunny hat mich geholfen. Ich werde gespawn-Tripped. Uwe, Uwe, Uwe. Micky! Mann! Das ist geil, was ist das so, Digga. Ich werde sie auch kriegen. Oh, aber er schießt viel schneller als ich. Uwe! Fokus, Uwe. Bruder, ich werde gespawn-Tripped. Digga, ich werde gespawn-Tripped. Der hält. Oh, Digga, er ist Micky im Loch. Digga, such dir. Hobbie! Ich glaube, er ist ... Ich werde langsam warm. Hast du mich gefickert? Boah! Festalter 69, der Hurensohn. Ist er drinnen? Ich hab 37 Kills, Willi 39. Digga, wie kacke seid ihr Jungs da unten? Wie kann es sein, dass Willi und ich vor euch sind? Also wir suchen jetzt unsere erste Runde, oder wie? Wir suchen unsere erste Runde CSGO, die uns zum Erdkern katapultiert. Ja? Heißt das krank, Digga, wie wir jetzt in den Arsch gefickt werden. Du verstehst das nicht, Edi. Du verstehst das wirklich nicht. Hier erstmal in die ersten fünf Runden rein, Digga. Dann hast du nie wieder Bock auf dieses Game. Ich verstehe gar nicht. Wenn du denkst, in Valo gibt es so Smurfs und sowas, lass einfach los. Nee, wirklich. Erstes Spiel in CSGO. Wir lassen los. Vier gegen vier? Nee, wir haben einen fünften. Pasha, Pasha's. Nee, Pasha's. Pasha's, hello, mein Freund. Hier auf dem Mikrofon. Eine Krawallwäste hab ich geholt. Ich bin tot, Bro. Hä, was sind das für Flicks, der hohen Sohn? Roat, Roat. Du lässt los, Roat. Das hab ich gesehen. Was gibt ihr mir denn den Turn-On mit der USB für einen One-Shot? Der Bastard. Egal, Jungs. Bleibt da ehrlich. Wenn er kommt, ficken wir sie. Bleibt da, bleib da, bleib da ehrlich. Boah. Boah, Alter. Lauf und erleben, Willi. Lauf und erleben. Ende kommen wir nicht weg. Wie geht es? Ist doch echt los. Ja? Micky, lass los. Micky. Wir sind uns wieder am Spawn. Dein Shunt-Aim. Ja, gut. Ach, Mann. Der eine ist auf jeden Fall weak. Von wo? Mann, Digga. Oh, Bruder. Wer schießt mich denn ab? Micky, der Bastard. Hab ich dich, hab ich dich. Doch. Okay, das sind welche? Weak, er ist weak, er ist weak. Und gekleppt den Lahl. Auflauf, Edi. Äh, äh. Kannst durch, kannst durch, Edi. Kannst durch. Ich kann nicht durch. Kannst du mich heilen? Ja. Aber du musst anfragen. Auf E, auf E, auf E. E. Schnell. Hab. Du musst stehen bleiben. Ja, genau. Du kannst A-Fan. Oh. Das hier ist eigentlich mein Spot. Arbeit. Ja, Bro. Sehr gut, Demi. Mach er. Das ist meine Waffe. Das ist meine Waffe. So, und jetzt zeige ich euch mal, was ich mache. Ich nehme Molotow und Blendgranate und eine Rauchgranate. Oh Gott, Edi, bitte. Doch, doch, ihr müsst mir jetzt belieben. Ich blende sie. Du hast mich geblendet. Alles gut. Also, es ist eine Rauchgranate rein. Wir können vorpushen. Edi, du machst einfach gerade unseren Gang drauf. Wir können vor, Bro. Wir können vor. Ja, geh, geh. Na, warte, ist Molotow? Ich schmeiß Molotow. Ich bin hinter dir. Ich schmeiß Molotow. Geh, geh, geh. Ich bin hinter dir. Warte. Warte. Es kommt jetzt ein fetter Rauch und du knallst direkt mit Fett rein, ja? Und dann gehen wir rein. Warte. Ja, mach. Ja. Rauch! Fett, Feuer. Feuer, fett. Okay. Ey, Digger, Jungs, die pushen jedes Mal. Ey, ich bin im Gang. Die pushen A, die pushen A von hinten. Jungs, bitte hinter uns. Elfstil. Ich hab ein... Mach er, mach er, mach er. Ah, okay, Lacher. Haben wir gewonnen? Ja, nein, die, ja. Eins gegen zwei, Willi. Waaat? Oh mein Gott. Willi, eins gegen eins. Eins gegen eins. Lauf in der Lieben, laufen in der Lieben auf W. Sehr egal, Willi kann Unsterblichkeit. Willi, du hast mich gecapt, Bro. Ja, ja, genau. Und jetzt kann er rechts kommen oder geradeaus oder links oben. Das sind ja wenige Optionen. Vier, drei stehe ich. Ne, vier, sechs. Völlig okay. Oh, das ist der wirklich. Entschuldig, Danny. Schade. Nice try, nice try, guys. Nein, was? Kommt einer. Ja, kommt einer hinten. Hab ihn. Oh, 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 oh. Keine Rauchgranate? Wir haben aber alles getroffen. Keine Rauchgranate? Okay, Rauchgranate. Vielleicht doch. Glendgranate fliegt. Drei, zwei, eins. Flogen. Ups. Weggucken. Oh, 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 oh. Und Andy fresse, Bro. Hast du Leute da rein? Gibt das mal einen D gewonnen? Okay, gemacht. Micky, Pech gehabt. Aber... Ach, Schaben mit dem Tegel, one aus der Luft. Ich kann ja eine Sache sagen, wir passen euch nicht drin, wir deswegen durch. Nein. Oh, die Team Chemie wird umgehalten. Warte mal, Platz, Mann. Micky, du bist so eine fette Nottenzauberin. Kommt nicht vorbei, weil es so fett ist. Ja, ja, das ist die Mastigkeit. Alter, so fett ist's. Akzeptier die Mastigkeit. Einer schreibt bei mir in den Chat, warum bist du so geworden? Guck mal, jetzt guck wie die Runde durch ist. Wow! Mach, Eli. Was? Gut, Pasha. Alter, ich hab... Gut, Pasha! Okay, ich hab Pashas Ding hier an. Er hat definitiv an. Er hat definitiv an, Bro. Er hat nur Armsleeve, trust. Ja, danke. Einer spricht endlich auch. Wo war der? Liga, es ist geil, es ist geil. Boah, Alter, wie alt die Bums. Da kann doch sein, dass er einfach gut ist. Ja, klar, Eli. Ich weiß nicht, wie geht es um. Das ist weird. Aber ich glaub, der andere hat auch angewacht. Ja, ja, Liga. Druck dich einmal, Eli. Druck dich. Warum geht keiner B, Jungs? Wir spielen nicht mal richtig, Mann. Auspuffzeichen. Wir warten hier jetzt ab. Ey, die haben geplantet, Micky. Nee, ist egal. Pasha muss akzeptieren, dass er das Ding hier haben muss. Okay, aber war ein nicer try. Hier, 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 Roart. Scheiße, ich habe mich alle. Ups. Digga, wer hat denn auf mich geschossen? Aus Versehen. Ich will gucken, ob das die gute Sniper ist. Pasha hat 54. Letztes auf B. Ja, mein Gott, Digga. Warte, warte. Da ist einer viel Fokus. Nee, er ist ja nicht mal so ein Hacker, der so ein bisschen versteckt oder so, Digga. Er macht so mit Herz. Wir werfen Pasha jetzt raus für Schieten. F1, alle F1. F2. Nein. Ich habe nicht das beste Pferd hier aus. Ohne ihn wären wir nicht an diesem Punkt. Er schreibt, fuck you, Micky. Digga, Micky, du bist so kacke, Digga. Er hätte es sogar noch geschafft. Ich dachte, ihr geht noch länger. Micky, ich werde dich ficken. Hey, wir sind nur zu viert. Micky ist raus. Ah ja, er hat eine Sperre von 30 Minuten, der Idiot. Warum? Ja, weil er mich gekehlt hat. Ich habe nicht an, Chat. Micky kann jetzt 30 Minuten lang nicht zocken, ne? Wieso ist er denn so ein Schwanz? Wir haben gewonnen, Jungs. Easy win. Bester Spieler, Pasha. Weiß ich nicht. Würde ich nochmal anfeschen. Egal, Micky hat jetzt 30 Minuten Sperre. Würde ich nochmal anfeschen. 57, 16. 11, 16. Ich bin nur 16 Mal gestorben. Genauso oft wie Pasha. Erste Runde, erster Runde. Gigi. Micky ist der Wirt, Digga. Vielen Dank. Micky ist der Urwirt. Ey, Jungs, das Ding ist durch, ne? Können wir jetzt nicht tauchen. Warum ist Micky so eine Nuttensau? Micky hat uns alle gefickt, Mann. Er ist ja blöd. Er hat uns gefickt. Aber, Freunde, ich fand, also mir hat das Spaß gemacht an der Konstellation. Auch wenn wir kacke sind. Es ist immer lustig, wenn man neue Games lernt, beziehungsweise spielt. Kommt ein bisschen Abwechslung rein.